Was sind die wichtigsten Dinge, damit du für deinen Betrieb A-Mitarbeiter findest und hältst? Das werden wir uns in diesem Video anschauen. Viel Spaß dabei! In diesem Video soll es darum gehen, wie du an Top-Leute rankommst, an Mitarbeiter, die wirklich selbst mitdenken, die sehr ambitioniert sind, die sich weiterentwickeln wollen, sogenannte A-Mitarbeiter. Und wie du diese Leute im Endeffekt findest und wie du diese hältst. Ja, mein Name ist immer noch Alex, in den letzten Videos auch. Und wir wollen uns jetzt mal konkret anschauen, was gibt es eigentlich für Kategorien von Mitarbeitern. Das ist ein relativ simples Thema. Das kennst du vielleicht auch. Ups, wir haben noch die falsche Farbe. Machen wir mal an Schwarz. Das holt jetzt noch ein bisschen stechend in den Augen. So, wir haben A-Mitarbeiter, B und C. So, mal ganz, ganz simpel. Diese Einteilung ist nicht von mir. Ich habe die auch nur im Endeffekt mit übernommen, weil die ja sehr, sehr schlüssig ist. A-Mitarbeiter sind einfach Top-Leute, die das Unternehmen im Endeffekt tragen, die dafür sorgen, dass das Unternehmen vorankommt, die die Ambitionen haben, sich weiter zu verbessern und die weiterhin einfach viel Gas geben wollen. B-Mitarbeiter sind Leute, die ihren Job gut machen. Gute Mitarbeiter. Haben aber jetzt nicht die Ambition, das Unternehmen mega krass voranzubringen. Die sagen einfach, jo, ich mache meinen Job, ich mache den gerne, ich mache den gut. Und es ist auch alles toll und ich bin happy damit. Und C-Mitarbeiter sind wirklich die, die im Endeffekt das Geld kosten. Also ich sage jetzt mal destruktive Leute, denen das Unternehmen eigentlich scheißegal ist. Die halt nur gucken, dass sie irgendwie am einfachsten, am zeitschonendsten durchkommen und auch nicht ihre Kennzahlen meistens nicht vernünftig erfüllen oder dann versuchen, da irgendwie zu bescheißen. Also diese Mitarbeiter-Sorte sollte man sowieso versuchen loszuwerden. Das ist klar. Und du merkst übrigens, dass es ein C-Mitarbeiter ist, wenn du relativ häufig Gespräche mit ihm über Themen hast, die nichts mit der Firma zu tun haben. Die halt, also jetzt nicht, dass man sich über Fußball oder so unterhält, darum geht es nicht, sondern dass er halt mit irgendwelchen Dingen um die Ecke kommt, weil das wieder nicht passt, das wieder nicht passt, das wieder passt, der da wieder zu spät ist, das wieder nicht geht. Das sind so übliche C-Mitarbeiter. A-Mitarbeiter werden C-Mitarbeiter nicht tolerieren und wenn nur C-Mitarbeiter im Unternehmen sind, werden A-Mitarbeiter tendenziell gehen. Wenn nur A-Mitarbeiter sind, werden die den rausmobben. Das ist mal ganz hart gesagt, aber so läuft es. B-Mitarbeiter werden toleriert von A-Mitarbeitern und man muss aufpassen, wenn man nur B-Mitarbeiter hat, kann es A-Mitarbeiter auch runterziehen, aber generell ist ein B-Mitarbeiter von A-Mitarbeiter immer toleriert und solange das sich halt die Waage hält, dass man ein paar A-Mitarbeiter hat, ein paar B-Mitarbeiter, geht das auch. Und du hast die Möglichkeit, B-Mitarbeiter zu A-Mitarbeiter zu entwickeln. Wenn wir uns jetzt mal konkret anschauen, was du da machen kannst und wie du halt für Leute attraktiv sein kannst. Es geht jetzt hier nicht ganz wichtig um spezielle HR-Methoden, das soll nicht das Ziel des Videos sein. Es geht vielmehr darum, wie ich eine Struktur schaffen kann, wo ich von mir aus schon, von der Struktur aus schon, gute Leute anziehe. Wie ich quasi eine sehr solide Wurzel schaffe, damit mein Baum auch vernünftige Früchte trägt. So kann man sich das vorstellen. Es geht um die Wurzel, es geht um den Samen, nicht um den Dünger. Vielleicht mal so um den Vergleich gebracht. Und hier ist es ganz wichtig, dass du bei deinen Leuten eine Verbesserung und Ideen förderst. Bedeutet, ich schaue es mal auf, fördern von Ideen und ich schaue jetzt mal, ja, Verbesserung trifft es eigentlich ganz gut. Besserung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein normaler A-Mitarbeiter hat immer die Ambition, besser zu werden, immer die Ambition zu wachsen, immer die Ambition, ja, mehr zu schaffen für die Firma. Das zeichnet sich aus seinem Gehalt mittelfristig aus, ist auch klar. Und das Thema Fördern von Ideen und eben der Verbesserung sorgt dafür, dass dieser A-Mitarbeiter auch als solches Unternehmen eine Stimme findet. Dass er auch die Möglichkeit hat, das zu äußern, was er gut findet oder was er gerne machen würde. Und auch regelmäßig die Möglichkeit hat, in einem Gespräch rauszufinden, was kann ich eigentlich verbessern. Also es gibt nichts Frustrierendes, dass jemand den ganzen Tag da ist, seinen Job macht, der würde gerne mehr machen, aber er fährt nie wie. Das ist immer sehr schade. Wenn man aber den Leuten regelmäßig ein Gespräch will, vielleicht einmal im Jahr oder so, mit dem spricht, pass auf, du bist gerade da und da, so sieht es gerade aus. Und wir können, wenn du das und das und das änderst, auch dahin kommen, dann ist er wieder dabei. Dann hat er Bock. A-Mitarbeiter bringen auch sowieso von sich aus viele Dinge ein. Das gilt übrigens hier genauso für B. Also einen B-Mitarbeiter, den kannst du auch halten, das kommt auf den Mitarbeiter an, den kannst du auch halten, wenn er einfach nur sein Ding weitermacht nach Vorschrift, alles okay. Aber du wirst natürlich auch da einfach besser darstellen als Arbeitgeber, wenn du den förderst. Und hier ist ganz wichtig, dass du feststellen wirst, wenn du eine gewisse Anzahl an A-Mitarbeiter im Unternehmen hast, dann fördern die das Unternehmen extrem. Die bringen neue Leute, die top sind, die bringen neue Leute, die Bock haben. Und du musst dich gar nicht so viel mit dem ganzen HR-Thema beschäftigen. Natürlich macht es auch da Sinn, Werbung zu machen. Auch wir machen Werbung, obwohl wir, würde ich schon sagen, ein sehr solise Unternehmen sind, was das angeht. Aber letzten Endes geht es vor allem darum, dass du von dir aus schon die Struktur schaffst, die gut ist. Bedeutet, hier gehört halt wirklich dazu, dass man auch Feedback-Gespräche mit den Leuten führt. Zweites Thema, was auch ganz wichtig ist, es muss für einen A-Mitarbeiter immer die Möglichkeit geben, sich auch weiterzuentwickeln. Also Weiterentwicklung muss möglich sein. Und da rede ich jetzt nicht nur davon, dass er sich in seiner Rolle weiterentwickeln kann, sondern er muss auch die Möglichkeit haben, wenn er wirklich lange einen guten Job in der ersten Stelle macht und sagt, okay, ich würde gerne was anderes machen. Du merkst schon, er hat richtig viel Mehrwert gebracht an der Stelle. Dass er auch die Möglichkeit hat, theoretisch in der Firma was anderes mal zu machen. Also ich sage jetzt mal, zu wechseln, die Abteilung. Das sollte möglich sein. Also wir haben da verschiedene Fälle gehabt von Monteuren, die einen extrem exzellenten Job machen. Sagen, okay, Montage ist aktuell zu anstrengend für mich, ich komme nicht mehr so mit körperlich. Gut, dann werden die halt einen Verkauf gepackt. Die machen auch da einen exzellenten Job dann natürlich, weil es sind halt A-Mitarbeiter. Das kommt nicht daher, dass sie jetzt gut montieren können oder gut verkaufen können. Es kommt daher, dass sie einfach top Leute sind. Das heißt, das sollte auch auf jeden Fall gegeben sein. Und natürlich der nächste Punkt, es sollte so sein, dass der Betrieb generell sich entwickelt. Also generelle Entwicklungen. Du wirst zum Beispiel einen A-Mitarbeiter nicht halten können, wenn dein Betrieb seit 20 Jahren die gleiche Größe, die gleichen Leute, die gleiche Struktur hat. Da wirst du einen wirklichen Top-Mitarbeiter tendenziell nicht halten können, weil er will mehr, der will weiter, der will sich entwickeln. Es gibt Ausnahmen. Auch da gibt es Betriebe, die halt an sich super klarkommen, die Leute super klarkommen, wo die sagen, hey, ich mache gerne meinen Job, ich mache das gerne sehr gut. Aber im Normalfall hast du dann schon irgendwann das Problem, gerade wenn neue Leute dazukommen, die A-Mitarbeiter sind, dass die relativ schnell wieder gehen, wenn die merken, hier entwickelt sich nichts weiter und der Chef hat jetzt auch gar nicht die Ambitionen. Der findet mal zwar meine Ideen gut, aber wenn ich sage, hey, wir können nochmal zwei Leute dafür noch einstellen, damit das so und so funktioniert und er sagt, ja, nee, wachsen wollen wir eigentlich gar nicht, dann kann das sehr frustrierend für die Leute sein. Du merkst schon, das sind eigentlich relativ elementare Themen, die du auch selber für dich direkt lösen kannst. Du sagst, okay, Födern von Ideen und Verbesserungen kann ich eigentlich sofort machen, kann ich sofort mit meinen Leuten reden. Weiterentwicklung und Wechsel intern möglich, wenn die Person sagt, okay, die eine Stelle hat sie jetzt in Anführungszeichen durchgespielt, die wird gar nicht was anderes machen. Oder vielleicht auch Abteilungsleiter an der Stelle, das ist auch eine Möglichkeit, wenn man wächst. Ist auch wichtig, und hier übrigens siehst du auch schon, wenn Wachstum da ist, also wenn du generell dich entwickelst als Unternehmen, wenn du dich weiterentwickelst, größer wirst, hast du immer mehr Möglichkeiten, noch Abteilungsleiter neu einzustellen, als wenn du in der gleichen Größe bleibst. Auch klar. Das heißt, diese Themen sind wichtig, wenn du diese Dinge beachtest, dann hast du auch gar nicht so das große Problem, dass du an gute Leute rankommst und die halt bindest, nur die meisten machen es halt nicht konsequent. Und ja, da fehlen halt die Leute, und da sind halt die Leute, die da sind und machen halt mehr Fehler, als sie richtig machen. Das ist halt immer sehr blöd, weil das kostet dich Geld, das ist für den Kunden nervig. Und im Endeffekt für die Leute ist auch nicht wirklich gut. Weil das kann auch sein, dass die Person im anderen Bereich, das kann auch übrigens mal sein. Es gibt Leute, also ich habe jetzt gerade schon gesagt, die sind nicht, weil sie ein guter Monteur sind, sondern ein guter Verkäufer, arme Mitarbeiter. Es gibt natürlich auch Leute, die machen was super, super, super gerne und sind top in dem Ding. Was anderes können die aber überhaupt nicht. Das kann es auch geben. Also jetzt ist nicht alles schwarz und weiß, das ist klar. Nur du kannst generell dir merken, wenn jemand in einer Abteilung einen schlechten Job macht. Also nicht, weil er nicht immer die Kennzahlen bringt, sondern weil er einfach sich nicht bemüht. Ich meine, es ist das eine zu sagen, ich rufe am Tag 300 Leute an, in der Kalterkrise zum Beispiel, und setze davon vielleicht nur 5, der andere setzt 15, ruft auch 300 Leute an, aber ich habe zumindest 300 angerufen. Wenn ich aber nur 100 anrufe und 5 setze, dann ist seine Verantwortung. Also menschlich, nicht fähigkeitentechnisch. Das muss man unterscheiden. Also wenn du das Gefühl hast, der bemüht sich, der gibt Gas, der tut, was er kann. Der ist immer pünktlich, der bildet sich immer weiter, der gibt immer Gas, um das da besser zu werden, aber er kriegt es einfach nicht hin. Er hat zwei linke Hände. Kann es trotzdem eine gute Person für eine andere Abteilung sein. Mir geht es viel mehr um die Ambition und wie sehr kann er sich an die Strukturen und Regeln halten, als um das tatsächliche Ergebnis, wenn jemand in der Abteilung wechselt. Natürlich, wenn er in der einen Abteilung gar kein Ergebnis bringt, du merkst einfach, das wird halt nichts. Würde ich mir trotzdem überlegen, wenn es Vollgas gibt. Aber normalerweise jemand, der Vollgas gibt mit einer guten Struktur, kann auch ein Ergebnis bringen. Da liegt es dann eher an der Struktur. Gut, will ich jetzt auch gar nicht so tief wieder reingehen. Ich denke, das ist soweit erstmal verständlich. Wenn Fragen sind, gerne unter das Video. Sonst einen Daumen nach oben geben natürlich. Abo da lassen, dass ihr kein Video verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020